Halli und hallo liebe Freunde, willkommen zurück hier im Spieleparadies mit mir, Samaxi. Wir sind in Norwegen mit Sigurd. Der hat irgendeine Vision gehabt. Jetzt gehen wir dahin. Oh, auch immer. Echt mal, ich hab meinen brennenden Umhang. Ja, mein Umhang, der hat Flammen. Ich denke, Evo ist warm. Was mit Sigurd ist, keine Ahnung. Wer hat einen Plan. Oh, Mann. Jetzt ändert sich hier das Licht schon wieder. Wonach sucht der? Ich glaub, mal irgendeine Tür, was er gesagt hatte. Und dahinter wäre der Lebensbaum oder sowas. Ich weiß auch nicht mehr genau. Also, wenn ihr die letzte Folge verpasst habt, schaut gern mal rein. Da wird ein bisschen erklärt, warum wir jetzt auch hier sind. Hm. Schön, dass ihr das an den Stein erkennt. Da hinten ist das ein Torbogen. Tatsache. Als ob. Sah jedenfalls gut so aus. Okay. Doch kein Torbogen. War nur Eis. Aber er hat anscheinend eine Höhle gefunden. Oh, sieben Pfeile nur. Hätte ich vielleicht nochmal aufstocken sollen. Naja, was soll's. Deutsche Liga. Klingt komisch. Ist auch komisch. Oh. Sag mal, wollen wir nicht erstmal ein Feuer machen? Ich hab eine Fackel. Logisch. So, Folge Sigurd. Ja, mach mal. Mach mal hin. Aber nein, ne? Ist wirklich eine Höhle hier. Wow. Alter. Ja. Verdammt. Grozelig. Grozelig. Was? Etwas unheimlich. Ich mag meine Fackel. Da kann ich immer schnell jemanden anzünden, der mich nervt. Sigurd zum Beispiel. Das ist echt heftig hier. Yo, das kennen wir doch schon, oder? Irgendwie. Wow. Das ist ein Fahrstuhl. Ah. Das ist alles so strange. Trust this place, Eivor. This old and sacred place. Where does it lead? To the Hall of Uslain, the Golden Fields. To Valhalla. Nein, aber... Ich... Das ist ein Fahrstuhl. Das ist ein Fahrstuhl. Das ist ein Fahrstuhl. ...humming magic. Oh. Oh, mega. Das ist spannend. Das sieht nicht wirklich wie ein Baum aus, ne? Sehr... Technisch. Do you feel that? The sacred energies? I have never seen something so grand. Wow. This shrine is ours. It will open for us. Watch and see for yourself. How do you know these things? Was all this in your vision? All this and more. Krasser Scheiß. Und genau für sowas liebe ich Assassin's Creed. Ja, das ist echt heftig. Damit hätte man jetzt gar nicht gerechnet. Ich jedenfalls nicht. Wow. Habe ich hier gar nicht gesehen. Hängen da noch mehr Leute? Na, aber... Da war noch was zum Fokussieren irgendwie. Immer noch sie. Okay. Das ist gruselig. Wer hängt denn da Leute auf? Kannst du einen Schritt schnummer machen? Micha, was soll ich machen? Was soll ich machen? Will ich das? Am Ende hänge ich auch dort oben. Guck erst mal, was mit Sigurd passiert. Ah, siehste? Äh. Und jetzt? Na gut. Wir gehen einfach mal hin. Ich würde mal sagen, der eine Ast ist für uns gedacht. Wer lebt denn noch? Ah, mies. Und Sigurd hat nicht so ein Theater gemacht. Aber das ist echt heftig. Guten Morgen. Aufwachen. Fertig für die Schule. Wo ist er denn gelandet? Genau, meine Rede. Können wir das ein bisschen schneller erkunden? Oh! Javi. Oh je. Ja, stimmt. Die kennen uns alle schon. Jetzt sind wir also wie der Javi. Nee, danke. Und wo ist... Ah, da ist sie gut. Und wo ist sie gut? Eivor. Tears said you would come. Welcome. Are you... Are you Valka's mother? Swala? You have a keen eye, Wolfkist. Is Eivor going to Swad? In this time, Eivor, we have arrived. Now raise a horn with Freyja here and sing a victory song. Sigurd. What is all this? Your arm has returned. And your vicar as well. Glory eternal, Eivor. Here we dine in the great hall of the slain. Long last, oh, I want to scream with joy. This is... This is all so beautiful. Your visions were... They were real. The battle heard blows! Oh, wow. To the field, fight with us! Go, Eivor. Enjoy the fight. You have earned your place here. Na, aber... Das ist doch eher für das... Leben danach. Oder? Ich bin leicht verwirrt. Ja. Aber ist das nicht einer von uns? Oh, Leute. Was geht denn ab? Wer ist eigentlich der Feind? Also gucken wir mal. Ja, genau. Der macht einfach wirklich alle platt, ne? Okay. Warum? Warum? Echt? Aber ich... Mh... Sicher? wieso bin ich so viel stärker ich bin verwirrt gibt es zu keine ahnung was los geht ich habe sie gott besiegt mit drei schon wieder ich habe ein deja vu ist sie gut da da ist er ok also die stehen auf gehen wieder kämpfen legen sie sich wieder hin um wieder aufzustehen um wieder zu kämpfen ich gehe mal wieder da hin jetzt sitzt er schon was hat er denn ich sehe da ein muster na toll tag zu ende guten morgen sonnenschein ja wenigstens steht sicher diesmal hier vorne die habe returns to lead us to victory take your horn join the battle cheer dearest skull the war and verse how do you like this frenzy so far it is it is quite something raise your horn navel what stops you my father baron have you seen him in this hall i have not should he be here das wäre mir aber langweilig wo soll ich jetzt wieder davor gehen soll ich jetzt wieder davor gehen ich sehe nichts mehr Äh, der kommt natürlich vor. Nur mal sehen, ob ich ihn einholen kann. Komm, lauf! Renn! Renn, Evo! Nicht hier. Ja, das sieht man echt nicht. Die wird schon wieder. Boah, egenhaft. War er doch nicht. Aua! Ach ja, der hat ja ein Auge verloren. Also gegeben. Ah, verdammt. Das sieht schmerzhaft aus. Hä, versteht ihr? Sieht schmerzhaft aus. Der war so schlecht. Ah, Leute, was passiert hier? Das ist schmerzhaft aus. Ja, das ist schmerzhaft aus. Das ist schmerzhaft aus. Oh, was passiert? Das ist schmerzhaft aus. Hans, das ist schmerzhaft aus. Oh, wow. Let's up. I have power here, and I can do as I please. You wish to see your father, I made it happen, as easy as breathing. By Odin's laws, my father is not allowed in this place. I do not wish to see him where he should not be. Your father died doing what he hoped would save you. He died to protect you, and his clan. No. He... This is the end of our road, Eivor. This is Valhalla, the eternal golden field. Now come, battle beacons! Waren die Wikinger echt so krass drauf, die irgendwann nur kämpfen wollten? How were the slain brought here? The Valkyries know this. Only them. The Valkyries know this. ...that could not be true. None of this feels right. Do not despair, Eivor. Look. Your friends are here. Everyone you could ever want is here beside you. Hmm. No. They are not real. Hmm. Das ist nie! Das Ort kann sein, was du, Eivor möchtest, Eivor. Ich will nicht es. Nicht wie das. Du würdest du dich auf eine Empte Death? Der Ecstasy, ich fühle hier, ist ein Illusion. Ich würde eher Callen wie ein raven, als singen eine False Song. Illusion oder nicht, hier ist kein Death. No pain, no loss... ...no betrayal... ...not like out there. Du willst das? ...to live inside a lie? Ich bin eine alte Frau mit einem roten Körper. Aber das Leben ich hatte, war brief. So ich bin farewell... ...to meine liebe Volka... ...und kam hier. Lass die Gott dort. Da ist er gut aufgehoben. Oh. Er hat bestimmt schon wieder seinen Namen verworren. Da ist er doch wieder in der Mitte von allen kaputt. ...und, ja. Er wird von vor allem nicht erworben... ...und, ja. ...und, ich kann nicht sterben. Das ist jetzt gleich durch. Oh! Oh! Man muss die. Family die. You must die. The only thing that never dies is the reputation of the one who's died. In here you have no reputation, but out there it's not too late. Every day the same empty war, the same hollow victory, spilling blood that tastes of water and smells of grass. You have known real battle, real glory, but this is not it. You know this. I know you do. Brother, it is time to leave. Am I destined to follow you everywhere till the end of my life? Alright. Alright. We go. No. You stay. Oh. I do not give you leave to go. Oh, wie gemein. Was hat der denn jetzt für ein Problem mit mir? What? Oh. 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 Ich will nicht mit dir gehen, Eivor. Deine Reputation ist ein Song die Warriors werden immer singen. Du bist der Wolfkissed-One, der auf dem Ende des Todes, und zurückgekehrt. Du spielst die Raven-Wine von Battle, um den ganzen König zu retten. Du hast die König, und schraubst sie, wie du möchtest. Begekehrt zu niemanden. Du bist großartig, wo dein Bruder schraubst. Aber trotzdem, du bist für seine Hilfe. Ja, aber wenn ich doch nicht will, ist das überhaupt Odin. Du bist ja auf dem Weg. Das ist ja auf dem Weg. Ich habe euch alles geplant. Alles, was ihr braucht. Du hast mir nichts gegeben. Es war alles ich. Aber ich habe dir gescheitert. Ich habe dir geführt, ich verweilte deine Hand. Du warst ein Flieger, in meine Ecke. Wie magst du mir unterdenken? Oh nein, nicht gegen Odin. Kein Fan. Okay, Freunde, das war's für heute. Vielen, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn ihr mögt, hier im Spieleparadies. Mit mir ist Maxi. Bis dahin, macht's gut und tschüss.